Bald werden wir ihn sehen. Amen. Wer wartet drauf? Weiß dem Herrn. Wenn du nicht drauf wartest, musst du vielleicht Wüste tun und dich vorbereiten. Aber heute ist die Möglichkeit, um sich vorzubereiten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Wir haben heute viel gehört in verschiedenen Sprachen und es ist wunderbar, was Jesus für uns getan hat. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist wieder auferstanden und er lebt jetzt und er hat meine Schuld vergeben und er will deine Schuld vergeben. Wenn du heute belastet bist mit Schuld, dann schaut dich Jesus nicht zornig an, sondern er schaut dich mit Mitleid an, mit Barmherzigkeit und er möchte dir Gnade schenken. Und mir liegt es seit einiger Zeit auf dem Herzen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, und ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Geschichte. Es geht um einen Mann, der mit seinem Nachbarn sehr großen Streit hatte. Sie haben sich gehasst. Es ging immer nur um das Schlechte. Sie beschimpften sich gegenseitig. Sie haben dem anderen Schlechtes getan, wo es nur ging. Vielleicht kennen wir solche Menschen. Aber bei diesem Mann war das so, dass ein Engel erschienen ist. Ein Engel ist erschienen und hat ihm gesagt, du hast einen Wunsch frei. Du hast einen Wunsch frei. Du darfst dir alles wünschen, was du möchtest. Du kannst alles wünschen, was du möchtest. Aber es gibt eine Bedingung. Dein Nachbar bekommt das doppelt. Wünschst du dir ein Auto, bekommt dein Nachbar zwei Autos. Wünschst du dir ein Haus, Dein Nachbar bekommt zwei Häuser. Wünschst du dir eine Million Euro, bekommt dein Nachbar zwei Millionen Euro. Was für ein Glücksfall. Was für ein Glück. Der Mann zögerte gar nicht lange und hat sich sofort etwas gewünscht. Und hat dir gesagt, nimm mir ein Auge. Wir wissen, was passiert. Dem Nachbarn wurden beide Augen genommen. Das ist Rache. Das ist Hass. Das ist Bitterkeit. Im Herzen. Und das ist, was Hollywood uns zum Beispiel heutzutage zeigt. Rache. Mесть. Eine Familie wird umgebracht. Ein Mann, der Vater überlebt. Der Vater überlebt. Er sucht sich Waffen aus. Waffen. Und das ist die Handlung des Films. Die Handlung. Darum geht es im Film. Er geht los und bringt alle Täter um. Je brutaler, desto besser. Das ist der Film. Und am Ende hat er kein Glück im Herzen. Er ist nicht froh darüber. Das ist Unterhaltung heute. Rache. Mесть. Und selbst diese Filme zeigen uns, dass Rache nicht befriedigt. Aber sie fördern in uns dieses Gefühl. Dass wir auch nach Rache dürsten. Rache und Hass, das sind Gefühle, die menschlich sind. Mесть und Nenавiсть sind solche чувства, die menschlich sind. Und keiner von uns kann hier behaupten, ich kenne diese Gefühle nicht. Und никто nicht von uns kann sagen, dass ich nicht über diese Gefühle Weil wir Menschen sind. Wir kennen es, was es bedeutet, nach Rache zu dürsten. Wir wissen, was es bedeutet, nach Rache zu dürsten. Es ist unsere natürliche Antwort, wenn man uns geschlagen hat. Wenn man uns beleidigt hat. Wenn man uns abgelehnt hat. Wenn man uns abgelehnt hat. Das ist ein wichtiges Wort, das müssen wir heute öfter sagen. Okay. Richtig, genau. Wenn man uns beleidigt hat. Wenn man uns abgestoßen hat. Wenn man uns betrogen hat. Wenn man uns belogen hat. Dann kommen diese Gefühle in uns auf. Diese Welt ist so. Menschen missbrauchen Menschen. Missbrauchen. Im schlechten Sinn. Physisch. Verbal. Und psychisch. Und wenn wir in die Welt schauen. Wenn wir in die Welt schauen. Dann sehen wir, wie zerbrochen sie ist. Wir sehen, wie kaputt sie ist. Wir sehen, wie kaputt sie ist. Millionen von Kindern wachsen nur mit einem Elternteil auf. Millionen von Kindern viele von diesen Kindern wurden missbraucht. Und viele von diesen Kindern wurden verabschiedet. Sie wachsen mit einem Schaden auf. Und sie wachsen mit einem Schaden auf. Schaden. Schäden. Und diese Ablehnung geht inzwischen so weit. Diese Ablehnung. Kannst du nochmal unterstützen? Und diese Ablehnung geht so weit. Dass das Kind schon im Mutterleib abgelehnt wird. Dass das Kind schon im Mutterleib abgelehnt wird. Es erblickt nicht einmal mehr das Licht der Welt. Und er wird nicht einmal mehr geboren. Er wird nicht einmal mehr geboren. Menschen scheiden sich. Menschen werden misshandelt. Sie werden misshandelt. Oder переживают Nassilie. Richtig, ja. Sie werden misshandelt. Missbraucht. Und wir leben in einer Welt, wo wir die Freiheit haben, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen, sie haben eine Wirkung. Du musst jeden Tag Entscheidungen treffen. Du hast heute die Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Und das hat Auswirkungen auf dich. Und auf dein Umfeld. Warum? Du hörst das Wort Gottes. Du kannst verändert werden. Dein Umfeld sieht dich. Und sie können Gemeinschaft mit dir haben. Und sie können etwas von dir haben. Und sie können etwas von dir haben. Deine Entscheidungen haben eine Auswirkung. Deine Entscheidungen haben eine Auswirkung. Ich kann mich entscheiden, Freitagnacht ins Auto zu setzen. Davor habe ich mich voll getrunken. Und fahre so nach Hause. Und diese Entscheidung kann Auswirkungen haben. Jemand, der über die Straße läuft, kann von dieser Auswirkung erwischt werden. Genauso hat es Auswirkungen, wenn du dich entscheidest, heilig und gerecht zu leben. Und in unserem Leben kommen Situationen, wo wir uns wirklich entscheiden müssen. Eine schwangere Frau entscheidet sich, dieses Kind zur Welt zu bringen oder nicht. Sie entscheidet sich, das Kind vor dieser bösen Welt zu bewahren und ihm das Leben zu nehmen. Und ihm das Leben zu nehmen. Oder sie schenkt ihm das Leben und dieses Kind muss in einer Welt voller Herausforderungen leben. Ein Ehepaar streitet sich ständig. Und sie stehen jetzt vor der Entscheidung, was machen wir? Trennen wir uns oder bleiben wir zusammen? Wer wird als erstes die Auswirkungen verspüren? Das gemeinsame Kind. Ablehnung gibt es überall auf der Welt. Auch in deinem Leben und in meinem Leben. In Spanien gab es mal so einen Fall. Da hat ein Vater sich mit seinem Sohn gestritten. Sie haben sich so stark gestritten, dass der Sohn von zu Hause weggerannt ist. Es vergingen ein paar Tage und der Sohn kommt nicht zurück. Der Vater macht sich gewaltige Sorgen. Also geht er zu einer Zeitung und lässt eine Anzeige schreiben. Er schreibt rein. Lieber Pablo, hier ist dein Vater. Ich vergebe dir alles. Komm bitte nach Hause. Ich werde morgen bei der Postfiliale auf dich warten. In Liebe dein Vater. Am nächsten Tag ist dieser Vater zur Postfiliale gegangen. Und dort haben 800 Pablos gewartet. Ablehnung gibt es überall auf der Welt. In einem Männergefängnis gab es 2000 Gefangene. Und man hat eine Aktion gestartet, dass man ihnen Postkarten gegeben hat. Und sie durften zum Vatertag eine Postkarte an ihren Vater senden. Und keiner dieser Männer hat eine Karte geschrieben. Und man hat sie gefragt, was ist los mit euch? Hasst ihr eure Väter so sehr? Und fast alle 2000 haben einstimmig geantwortet. Und haben gesagt, wir kennen ihre Namen nicht einmal. Menschen erleben Verletzungen. Sie bluten innerlich. Und dieses Blut, es fließt umso mehr, je mehr wir Bitterkeit haben. Und diese Blut, sie verliebt viel mehr und mehr, je mehr wir Groll haben. Je mehr wir Groll haben. Je mehr wir Groll haben. Groll. Wenn ich etwas gegen jemanden habe. Nicht Groll. Okay. Ich halte mit diesen Gefühlen diese Wunde auf. Und ich mit diesen Gefühlen noch mehr diese Wunde diese Wunde wird nicht gepflegt. nicht gepflegt. Sie wird nicht behandelt. Ich will sie nicht nicht verliehen. Sondern sie wird offen gehalten. Aber sie wird auf der anderen Seite und dieses Blut fließt innerlich. Und diese Wunde ausliefst in die Wunde. Man ist gefüllt von Gefühlen, von Rache. Und es gibt ein Gefühl von Rache und Hass. von Rache und Nenamist. Und wisst ihr, Dämonen sie sind wie Haie. Ein Hai. Dämonen sind wie Haie. Haie riechen Blut. Sie lieben Blut. Sie werden von Blut angezogen. Und wenn du in einem Ozean dich befindest und dort sind Haie und du blutest und du hast ein Problem. Ein riesengroßes Problem. Weil diese Welt, in der wir leben, das ist wie dieser Ozean. Und diese Dämonen, sie sind wie Haie. Und wenn du verletzt bist und diese Verletzung wird nicht behandelt, diese Verletzung wird offen gehalten durch Groll, Bitterkeit und Hass. Dann hältst du diese Wunde offen. Und du wirst selbst zu einer Person, die andere verachtet. Und in diesem Moment sind da Haie. Und in diesem Moment sind da Haie. Und du hast ein Problem. Weil sie trachten nach deinem Leben. Sie wollen dich in Stücke zerreißen. sie beginnen dich langsam einzukreisen und langsam aber sicher dich einzunehmen. Wisst ihr, in Ländern wie Afrika, Mexiko und so weiter kommen unreine Geister in die Leben der Menschen durch Zauberei. In den westlichen Ländern wie die USA, Amerika und Europa gab es christliche Studien, die gezeigt haben, dass unreine Geister in den Leben von Gläubigen wirken am meisten durch Ablehnung und Missbrauch влияют чаще всего посредством Atвержения und Nassilия. Wir sehen, dass Ablehnung und Missbrauch Wunden entstehen lässt. Wir sehen, dass Atвержение und Nassilie produziert Rane. Und wenn die nicht geheilt werden, kann es unser Leben unter den Einfluss des Feindes bringen. Wir verlieren unseren geistlichen Blick. Ein Teufelskreis beginnt. Ich weiß nicht, ob es das auf Russisch gibt. Ein Teufelskreis beginnt und du wirst zu einem Menschen, der dem Nächsten nur das Schlechte wünscht. Wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 22 bis 23. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 32 bis 23. Apostelgeschichte 22, 23. Hier lesen wir So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Hier geht es um Simon, den Zauberer. Hier geht es um Simon, den Zauberer. Er hat Menschen manipuliert durch seine Tricks und er hat damit Geld gemacht. Aber eines Tages hat er Philippus gesehen. Philippus hat Menschen geheilt. Philippus hat das Evangelium verkündigt. Er hat Menschen getauft. und Simon hat das gesehen. Und Simon hat sich auch bekehrt. Er hat die Wassertaufe angenommen. Danach kamen Petrus und Johannes, weil sie die frisch getrauften, weil sie ihnen die Hände auflegen wollten, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Und Simon sieht das. Er denkt sich, das ist ein super Trick. Und er bietet Petrus Geld an, damit er ihm das zeigt. Und dann sagt Petrus genau diese Worte zu ihm. Bitterkeit und Bosheit sind deine Gebundenheiten. Simon, du hast dich zwar für Jesus entschieden, du hast den Zuruf gehört, du hast dich bekehrt, du hast die Wassertaufe angenommen, aber Simon, du bist noch gebunden in Sünde. Und die Ursache davon ist nicht einfach die Sünde, sondern es ist die Bitterkeit in deinem Herzen. Es ist die Bussheit in deinem Herzen, was der Sünde Macht gibt. Du bist zwar die Zauberei losgeworden, aber du bist immer noch gebunden, die Zauberei ist vorbei, aber du bist immer noch gebunden, und diese Gebundenheit hält an deinem Leben fest. Weil du an deiner Bitterkeit festhältst. Ich möchte drei Wahrheiten heute teilen. Und das erste ist, wenn du denkst, du hast das Recht, an deiner Bitterkeit festzuhalten, hat der Satan das Recht, dich festzuhalten. Ja, ich habe das Recht, bitter zu sein. Ich habe das Recht, wütend zu sein. Schau dir doch mal an, was sie mir angetan haben. Du weißt doch gar nicht, was sie mir alles getan haben. Und wisst ihr, genau so ist Satan. Satan ist auch beleidigt. Auf Gott. Und er hasst alles, was Gott lieb ist. Und er will sich dafür rächen, dass Gott ihn aus dem Himmel vertrieben hat. Deshalb, wenn du das Recht hast, bitter zu sein, dann hat der Satan Recht, dich zu binden. Du hast vielleicht ein Recht. Du hast vielleicht einen Grund, aber du musst dieses Recht ablegen, damit der Satan kein Recht mehr hat. Wenn wir betrogen wurden, vielleicht damals, in jungen Jahren schon, betrogen, vielleicht hast du Ablehnung schon in deinem Kindesalter erlebt. Vielleicht haben deine Eltern dich ständig verglichen mit deinem Schulkollegen. Vielleicht wollten deine Eltern ständig, dass du so bist wie jemand anders. vielleicht wurdest du auch mal misshandelt, ich weiß es nicht. Deine Eltern wollten dich vielleicht nur motivieren, besser zu werden. Aber dieses Gefühl wurde stärker und stärker und es wurde eine Verletzung. Du lebst ständig mit diesem Vergleich. und es tut so weh. Und du hältst an dem fest, und diese Gefühle des Geholzes kommen immer mehr und mehr. Doch anstatt diese Gefühle anzunehmen, könntest du sagen, Gott, das tut weh. Gott, das ist nicht fair. Gott, was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Du sagst stattdessen, Gott, ich lehne es ab, wütend zu sein. Ich lehne es ab, an diesem Schmerz festzuhalten. Ich lehne es ab, jemanden ständig dafür bestrafen zu wollen. ich lehne es ab, in dieser Einstellung zu leben, dass jemand anders mir das zurückzahlen soll. Gott, ich überlasse es dir. Gott, ich vertraue dir. Und wisst ihr, wenn wir das tun, wenn dein Herz voll mit Bitterkeit ist, und du tust genau das, gibst das Gott ab, dann passiert etwas, Satan verliert den Halt, er verliert den Griff, warum? Weil das Öl des Heiligen Geistes auf dich kommt, und du wirst glitschig, du wirst rutschig, und Satan kann dich nicht mehr halten, er versucht nach dir zu greifen, aber du rutschst ihm einfach durch die Finger, warum? Weil das Öl des Heiligen Geistes freigegeben wird, sie wird freigegeben, sie steht zur Verfügung, weil du Menschen freigibst, du lässt Menschen freig, Gott lässt dieses Öl freig, er lässt es frei, er lässt es frei, er lässt es frei, das wäre richtig, vielleicht kann jemand helfen, es schwierig auf zwei Sprachen, aber ich denke ihr habt es verstanden, dieses Öl wird freigelassen, weil du Menschen freilässt, weil du Menschen freilässt, weil du Menschen freilässt, der Moment, an dem du Menschen aus dem Gefängnis freilässt, wo du sie reingesetzt hast, durch dein Gröl, in dem Moment, wo du sie daraus freilässt, lässt Gott dieses Öl freig, Gott освobachtet тебе это помазание, это масло, Satan kann dich nicht mehr länger festhalten, Satan kann nicht mehr lange halten, das Problem oftmals ist, dass Satan uns mit Sünden festhält, mit Gebundenheiten, Alkohol, Pornografie, Unzucht, Blut, Betrug, Lüge, du verletzt dich vielleicht selbst, vielleicht verhältst du dich schon nicht mehr normal, es können viele verschiedene Gebundenheiten sein, mit denen Satan uns festhält, aber wisst ihr, die Kraft des Satans ist tatsächlich das, was wir festhalten, nicht, dass er uns festhält, sondern es sind die Dinge, die wir festhalten, also was wir tun ist, wir beten Satan lass deine Hände von mir, aber Gott sagt, lass deine Hände weg von dem, was dem Satan gehört, Unvergebenheit ist wie Rattengift, Rattengift für Ratten, Mäuse, Ratten und du trinkst dieses Gift und hoffst, dass die Ratte stirbt, aber sie stirbt nicht, weil du das Gift getrunken hast, die Person, die es trinkt, stirbt, wenn du und ich das Gift des Teufels annehmen und wir hoffen, dass es nicht uns umbringt, sondern jemand anders, dann gibt es dem Teufel Macht über dein Leben. Wie oft ist das in unserem Leben so? Wie oft denken wir noch Jahre danach über Dinge nach, die man uns angetan hat. Wir holen alte Geschichten hervor. Wir sind krank damit. Und wir vergeben in Wirklichkeit gar nicht. Diese Bitterkeit kommt irgendwo wieder hervor. Und wir meiden diese Leute sogar. Wir meiden sie. umgehen. Und du willst, dass der Teufel vielleicht dein Verhalten zu kontrollieren. Und wir wollen, dass er uns nicht mehr kontrolliert. Aber dann sagt Gott zu uns, lass die Bitterkeit los. Und du sagst, ja, aber Gott, das ist nicht fair. Aber dann sagt der Satan, okay, dann ist es nicht fair, dass ich dich loslasse. erst wenn du die wurzel trennst, kannst du die frucht angreifen. Oftmals kämpfen wir mit Sünden und mit unseren Verhaltensweisen. sehr oft, nicht immer, aber sehr oft ist Bitterkeit die Wurzel. Kämpfe nicht einfach gegen deine Verhaltensweise. Schau nach der Ursache. Fahr nicht in die Werkstatt, wo du sagst, lieber Meister, da ist eine Leuchte bei mir angegangen, Mach mal die Lampe aus. Und der Meister sagt, was ist los mit dir? Dein Motor geht kaputt. Das ist die Motor Ölleuchte. Die Leuchte für das Öl. Und du sagst, nein, mach die Lampe aus. Und so verhalten wir uns oftmals. Wir bekämpfen nicht die Ursache. Wir machen nur den Hinweis weg. Gott sagt, ich möchte, dass du tiefer schaust. Ich möchte, dass du nach der Ursache schaust. dem, was diesem Verhalten Macht gibt. Das Zweite ist, beschuldige nicht Gott für etwas, was der Satan getan hat. Also das Erste war, wir haben es nicht nur mit unserem Verhalten zu tun. Wir schauen in unser Herz. Wo ist etwas, was dem Satan erlaubt, Kontrolle über mich zu haben? Wo ist Unvergebenheit, wo ist Bitterkeit? Das Zweite ist, wir dürfen Gott nicht beschuldigen für etwas, wofür der Satan verantwortlich ist. Und vielleicht haben wir heute Leute unter uns, die die Frage stellen, wo war Gott? Als das und jenes passierte. Vielleicht bist du mit einer Behinderung geboren. Oder du hattest einen schlimmen Unfall. Und in deinem Kopf sind Gedanken. Gott hätte das doch verhindern können. Er ist doch allmächtig, hätte das doch stoppen können. Gott ist nicht verantwortlich. Er pflastert den Weg für uns. Und er stellt Schilder auf. Und du musst auf diesem Weg laufen und nach diesen Schildern laufen. dann bist du sicher. Aber wenn du von diesem Weg abkommst, wenn du diese Schilder ignorierst, dann kannst du nicht ihn beschuldigen. Und wir entwickeln Bitterkeit gegen Gott. Warum hat er mir das angetan? Warum hat er das zugelassen, dass ich so geboren wurde? Wie konnte er zulassen, dass diese Person mir das angetan hat? Warum hat er dieses und jenes zugelassen? Und je mehr du diese Wut in dir pflegst, rate mal, was passiert. Du verschließt deine einzige Hoffnung, die dich nicht nur verändern kann, sondern sie kann das Chaos in deinem Leben benutzen, um dich zu retten und den Teufel zu schlagen. Wenn wir eine Lüge über Gott glauben, dann sind wir wie Pilatus und wie die Pharisäer. Sie haben Wahrheiten über Jesus erfunden. sie erfunden, sie haben Dinge erfunden über Jesus, Unwahrheiten gelogen, Lügen über Jesus. Ausgedacht. Genau. Und in dem Moment haben sie seine Hände gebunden. Und in dem gleichen Moment ist auf der anderen Seite Barabbas. Und Barabbas lesen wir ist ein Räuber, ein Mörder und ein Dieb. Und in Johannes 10, 10 lesen wir dasselbe über den Teufel. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Und Barabbas ist wie Satan. Und so, wie Jesus gebunden wurde. so wie Jesus beschuldigt wurde für etwas, was er nicht ist. In dem gleichen Moment, wo du Jesus bindest, wird der Teufel losgebunden. Und Chaos und Unordnung passiert in deinem Leben. Immer wenn da eine Situation ist, du nicht verstehst, jedes Mal möchte der Satan dich da vergiften, damit du dich gegen Gott wendest. Und er tut das zu einem Zweck, um seine Dämonen loszulassen, um seine Dämonen Deshalb binde Jesus los in deinem Leben. Entferne die Handfesseln von Gott. Wir sehen, Unvergebenheit und Bitterkeit bindet und zwar nicht nur Menschen, sondern auch Gott in deinem Leben. Aber wenn du ihn loslässt, dann wird er dich nicht nur heilen, er wird dich nicht nur wieder herstellen, sondern du wirst auch eins verstehen, dass Gott nie verantwortlich war für das Chaos in deinem Leben. Gott hat niemals diesen Schmerz verursacht. Er hat nie diese Unordnung in deinem Leben geschaffen. du wirst verstehen, Gott war immer da. Er wollte dich immer beschützen. Er hat dich gezogen. Er hat dich gerufen. Er wollte dich heilen. Er wollte dich wiederherstellen. Er wollte all dieses Chaos zum Guten wenden. Und du wirst zurückschauen. Und du wirst sagen, das ist unglaublich. So etwas konnte nur Gott tun. Jedes Problem, dem du in deinem Leben begegnest. Das ist wie ein Messer. Und du kannst dieses Messer an der Klinge nehmen. An der Klinge. Nein, auf der anderen Seite. Und du hebst es hoch. Und du jammest und rufst. Herr, wieso? Warum hast du das zugelassen? Und das machst du und tust und machst du und du verblutest. Oder du kannst sagen, ich verstehe es nicht. Gott, es tut so weh. Aber ich vertraue dir. Ich verstehe diese Situationen nicht. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du niemals etwas gegen mich tun würdest. Und ich weise jede Lüge des Feindes ab. Weil ich die Wahrheit kenne. Weil ich auf das Kreuz schaue. Und weil ich sehe, wie sehr du mich liebst. Ich schaue nicht auf den Unfall in meinem Leben. Ich schaue nicht auf meine Mutter, die vielleicht viel zu früh gestorben ist. Ich schaue nicht auf dieses oder jenes Problem in meinem Leben. sondern ich schaue auf das Kreuz. Ich schaue darauf, wie sehr du mich liebst. Und ich sage dem Teufel, sei ruhig. Mein Gott ist auf meiner Seite. Nicht meine Gefühle und meine Emotionen beweisen Gottes Liebe. Sie beweisen nicht Gottes Gegenwart. Sondern die Narben in den Händen Jesu beweisen es. Amen. Und das ist es, was Jesus sagt. Ich liebe dich. Ich bin für dich. Und immer, wenn wir gegen Gott rebellieren, wenn wir ihn beschuldigen, vergiftet uns der Satan. Und er ist der Gewinner. Er setzt seine Mächte frei. Und das beeinflusst unser Leben. Die dritte Wahrheit. Vergebung setzt einen Gefangenen frei. Und offenbart, dass der Gefangene du selbst warst. Matthäus 18, 34. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Wir kennen diese Geschichte sehr gut. Ich erzähle euch nichts Neues. Das ist ein Knecht und das ist ein König. Und dieser Knecht hat dem König 10.000 Talente geschuldet. Historische Studien zeigen, dass diese 10.000 Talente vergleichbar sind mit 200.000 Arbeitsjahre Lohnen. 200.000 Arbeitsjahre Lohn. 200.000 Jahre Lohn. Richtig. Was hat der Knecht gemacht, dass er so eine hohe Schuld hatte? hat er sein Palast verbrannt? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er dem König einen riesen Schaden angerichtet hat. Was kannst du tun, dass du so eine Schuld hast? Und jetzt kommt der Knecht zu dem König und er sagt etwas total lächerliches. Er sagt, sei geduldig mit mir. Ich zahle es dir zurück. Der König sagt, was stimmt mit dir nicht? Du lebst 70, 80 Jahre. Wie willst du 200.000 Jahre zurückzahlen? Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Aber wisst ihr, er kommt und sagt, sei geduldig mit mir. Und jetzt wird jetzt etwas Interessantes. Er wird mitfühlen. barmherzig. Er sagt, ich vergebe dir. Und dieser Mann geht raus und trifft einen anderen Knecht und dieser schuldet ihm 100 Dinarie. Dieser Knecht geht raus und denkt sich, wow, so eine Schuld wurde mir vergeben. Ich muss nicht bis zum Tod arbeiten für jemand anderen. Der König hat mir alles vergeben. Aber da ist einer, der schuldet mir 100. Das entspricht vier Monate Arbeitslohn. Er hat gerade 200.000 Jahre erlassen bekommen. Und jetzt sieht er einen mit vier Monaten. Und er packt ihn am Hals. Und er wirkt ihn. Und er sagt, bezahl es mir zurück. Der Mann sagt, natürlich, gib mir Zeit. Und jetzt macht er wieder was Verrücktes. steckt ihn ins Gefängnis. Wie soll er ihm das zurück zahlen, wenn er im Gefängnis sitzt? Wie willst du Geld von diesem Menschen zurück bekommen? Du hast ihn ins Gefängnis gesteckt. Und genau das passiert, wenn wir nicht vergeben. Wir stecken Menschen ins Gefängnis. Und bekommen niemals was zurück. Als der König das gehört hat, hör mal genau zu. Послушайте внимательно. Wir lezen der König wurde zornig, dass der König wurde zornig. Das ist interessant. Er wurde zornig, als der Mann mit gewaltigen Schulden vor ihm stand. Er wurde zornig, als der Mann jemand anderem eine viel geringere Schuld nicht vergeben hat. Weißt du, was Gott wirklich zornig macht? Es ist nicht deine Sünde. Es ist wie du auf Sünden anderer reagierst. Wir denken oftmals, Gott ist zornig auf uns, wenn wir fallen. Aber wenn wir demütig vor Gott kommen, wenn wir sagen, Gott, es tut mir leid, wenn wir sagen, ich halte es nicht mehr aus, dann schaut Gott uns mit Mitleid an. dann смотрit Gott nach uns mit Barmherzigkeit und Miloserdi Gott, ich habe versagt, ich habe versagt, ich habe verloren, und Gott sagt, ich vergebe dir. Aber Gott wird richtig zornig, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, und du bietest ihm nicht das gleiche an, wofür du beim König gebitt hast. Vielleicht fühlst du dich heute so, und du denkst, was die getan haben, das ist so groß. Das sind wunden, die nie heilen. Aber wisst ihr, das ist gar nichts im Vergleich zu 200.000 Jahren Arbeitslohn. Es ist nichts in dem Vergleich, was du und ich Gott angetan haben. Und wir müssen uns entscheiden zu vergeben. Weil wenn du vergibst, wirst du frei. vergebung verändert vielleicht nicht deine Vergangenheit. Aber sie verändert deine Zukunft. Vergebung ist überhaupt nicht fair. Aber sie stellt dich unter Gnade. Vergebung heißt, sie verdienen es nicht. Aber du verdienst Frieden. Sie verdienen nicht. Aber du verdienst es frei zu sein. Menschen sagen oftmals, erst wenn sie sich ändern, werde ich ihnen vergeben. Aber das gibt diesen Menschen Macht. Wenn du bitter und wütend wirst, dann ist die Lüge des Satans, dass du ihnen heim zahlen sollst. Aber die meisten von ihnen wissen nicht einmal, dass sie dich verletzt haben. Du bestrafst niemanden außer dich selbst. Du verletzt niemanden außer dich selbst. Aber wenn du Vergebung anbietest, dann passiert etwas. Du setzt einen Gefangenen frei. Und dieser Gefangene warst du selbst. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, also neun Jahre alt war. Als er neun Jahre alt war, kam ein Einbrecher in ihr Haus. Dieser Einbrecher wollte alle Kinder mitnehmen. Er war total dämonisiert. Er hat die Mutter vor den Augen dieses neun jährigen Jungen umgebracht. Er hat die Mutter als er den Jungen sah, nahm er ein Messer und hat diesen neunjährigen Jungen erstochen. hat den Jungen erstochen. 39 Mal Der Junge lag auf dem Boden dieser Einbrecher ist weggerannt das Haus verlassen. Als der Rettungswagen kam sahen sie diesen Jungen auf dem Boden liegen und sie haben gemerkt dieser Junge lebt noch. Er ist nur in Ohnmacht gefallen weil er in einem Schock Zustand war. Von diesen 39 Stichen sie konnten ihn retten. Dieser Junge hat sich erholt er kam wieder auf die Beine und hat eine sehr schwere Zeit. Er hatte mit sich zu kämpfen und diesem Mann zu vergeben. diesem Mann zu vergeben. Diesen Mann der seine Mutter vor seinen Augen umgebracht hat. Diesen Mann der 39 Mal ihm diese Wunden zu gefügt hat. Aber dieser junge Mann er lernte Gott kennen. Und er fing an das zu vergleichen. was dieser Mann ihm angetan hat und was er selber Gott angetan hat. Und er musste eins erkennen. Jesus hat nicht nur vergeben. Er vergibt immer noch. Jesus sagt, ich vergebe dir immer noch. Er sagt, ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Und ich werde dich mit in den Himmel nehmen. Ich liebe dich und ich will dass du bei mir bist. Ich will nicht dass du in einem Gefängnis bist. Und als dieser junge Mann diese Liebe sah von Jesus Christus der alles verloren hat weil er uns vergeben hat als er das erkannt hat sagt er ja das ist kein Vergleich das ist kein Vergleich ja ich habe meine Mutter verloren ja ich habe 39 Narben an meinem Körper die er mit diesem Messer mir zugefügt hat doch Jesus hat auch Narben in seinen Händen weißt du wenn du Jesus kennst dann hast du einen Grund Unvergebenheit loszulassen weil du kannst nicht anders als dich schuldig zu fühlen vor Gott vor dem dem du Narben zugefügt hast er fand den Täter und hat ihn vergeben er sagt 4 Monate Arbeitslohn 4 Monate Arbeitslohn 4 Monate Arbeitslohn das ist nichts im Vergleich zu 200.000 Jahren das ist nichts im Vergleich zu 200.000 Jahren ich vergeben dir eine Geschichte eines jungen Mädchens die mit ihren Freunden rumgealbert hat in der Nähe eines Pools und dieser Pool hatte kein Wasser es war dunkel und einer dieser Freunde hat sie in Richtung Pool geschuckt und sie ist mit dem Kopf direkt auf den Boden geflogen sie war sofort querschnittsgelähmt sie war gelähmt vom Hals abwärts sie musste in einem Rollstuhl leben aber sie sagte ich kam zu dem Schluss dass es ein Unfall war ich könnte Gott fragen warum und wieso aber sie hat eins verstanden ich sitze zwar im Rollstuhl aber ich kann nicht mit meinem Herzen mit meinen Gefühlen und Emotionen auch noch in einem Rollstuhl sitzen Jesus hat mir vergeben deshalb vergebe ich auch heute sind sie immer noch Freunde heute sind sie immer noch Freunde und sie sagt heute ja mein Körper ist in einem Rollstuhl aber alles andere in meinem Leben dafür nicht vor circa 20 Jahren gab es einen Mörder einen Serienmörder der Green River Killer 49 Frauen hat er getötet das sind die die man gefunden hat er hat so viele getötet dass er schon selber nicht mehr wusste wie viele und da war ein Vater dessen Tochter auch von ihm umgebracht wurde und dieser Vater kam zu diesem Gericht und dort durften die Angehörigen alle noch ein paar Worte zum Täter sagen alle Angehörigen die Familien und wisst ihr man kann das anschauen das ist auch auf YouTube zu sehen die Angehörigen sind unter Tränen sie wünschen ihm das Schlechteste sie sagen zu ihm du bist ein Monster du verdienst es nicht zu leben du solltest sofort in die Hölle fahren wir hassen dich wir nienawidieren man zeigt sein Gesicht in der Kamera und er verzieht kein Gesicht er macht keine Mimik keine Emotionen und dann kommt dieser Vater und er sagt folgendes Sir es sind Menschen hier die sie hassen ich bin keiner davon er sagte sie haben es mir schwer gemacht meinen Glauben zu leben sie haben es mir schwer gemacht meinen Glauben zu leben er hat das gesagt du hast es mir schwer gemacht mein Glauben zu leben aber Gott hat mir etwas gesagt ich soll vergeben ich muss dich vergeben Sir ihn ist vergeben ein Monster ein Mörder 49 Menschen hat er umgebracht 49 Menschen hat er umgebracht er zeigt uns einen Standard der so hoch ist weil die Welt in der wir leben sich so verdorben zwei Hauptgründe für Vergebung zwei Hauptgründe für Vergebung sind dass Jesus uns Vergebung angeboten hat und das zweite ist wenn wir nicht vergeben hat der Teufel Macht in unserem Leben Satan wartet mit seinen Dämonen er wartet mit Dämonen der Depression er wartet mit Dämonen der Selbstmord Gedanken er wartet mit Dämonen er wartet mit Dämonen von verschiedenen Gebundenheiten Drogen Alkohol Pornografie und er wartet damit und sagt bitte, bitte er wartet und er sagt bitte, bitte halte an diesen Gründen fest nicht zu vergeben halte dich an den Gründen fest nicht zu vergeben niemand versteht dich niemand versteht dich Jesus versteht dich nicht Gott versteht dich nicht dein Fall ist anders als alle anderen niemand kann es verstehen niemand kann es verstehen halte daran fest weil dann gibst du mir einen Grund dich festzuhalten aber Jesus sagt schau meine Narben an sie bleiben für immer um dich um dich daran zu erinnern um dich daran zu erinnern чтобы тебе напоминать was ich für dich getan sie zu wirken sie zu wirken hör auf die zu wirken die dich verletzt haben hör auf die zu wirken deine Freunde dein Umfeld die dir vielleicht weh getan haben die dir vielleicht dein ganzes Leben zerstört haben hör auf sie zu wirken dann hört der Satan auf dich zu wirken ja manchmal ist es einfach anderen zu vergeben aber am schwersten ist es sich selbst zu vergeben als Judas Jesus verraten hat hat er sehr schlimme Gedanken bekommen was hast du getan du hast Jesus ans Kreuz gebracht du hast Jesus ans Kreuz gebracht das hat noch keiner vor dir getan das was du gemacht hast das ist unverzeihlich du verdienst es nicht zu leben und wisst ihr an als Judas an diesem Seil hing in dem Moment Jesus am Kreuz für seine Schuld bestraf dich nicht selbst für etwas wofür Jesus schon bezahlt hat egal wie viel du für deine Sünde bezahlen wirst es wird niemals genug sein nur das Opfer von Jesus ist genug wenn Gott uns vergibt wie können wir denken von uns dass wir selbst uns nicht vergeben können wer sind wir gegenüber von Gott vergibt dir selbst wenn satan und dir vorwürfe macht und er erinnert dich an deine Vergangenheit dann sag ja das habe ich alles getan aber dafür wurde schon bezahlt ich war in der Hölle aber ich gehe da nicht mehr hin aber ich gehe da nicht mehr hin aber ich gehe da nicht mehr hin du satan du wirst da hingehen aber du satan du wirst da hingehen vergib dir selbst liebe Gemeinde lass uns aufstehen einige von uns müssen vielleicht in dieser Woche jemandem vergeben vielleicht musst du einen Brief schreiben vielleicht musst du ein paar Anrufe machen einige von uns werden in dieser Woche Freiheit erleben weil sie loslassen weil sie Freiheit schenken und vergeben und sie werden gesalbt werden mit dem Öl des Heiligen Geistes und der Feind hat keinen Halt mehr und sie entfliehen seinem Griff vergebe heute egal wie schwer es dir fällt ne важно какой сложный tвой случай sag es Gott скажи Господь hey ich lehne diese negativen Gefühle ab Gott ich überlasse es dir ich überlasse es dir ich vergebe ich überlasse es dir weil du mir vergeben hast weil du mir vergeben hast weil du mir vergeben hast lass uns beten давайте помолимся Halleluja Gott Gott Vielen Dank.